So, dem mache ich das, wenn der Trauge das nicht kann. Das ist der Landeplatz vom Sky Club Austria. Speziell für exzellente Flieger, wie wir das sind, also zum Sicherheitstraining. Der Windsack ist heute mit Bleibeschwert. Da geht nicht so richtig was, aber Wolken ohne Ende. Das Sicherheitstraining ist übrigens abgesagt worden. Müssen wir uns was einfallen lassen. Wird schon werden. Vielen Dank.